ja dann möchte ich euch und sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserer ersten RLS-Veranstaltung, der Veranstaltungsreihe Europa in Bewegung hier in Hessen, von der RLS Hessen beziehungsweise von der RLS in Brüssel, also von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich bin Myriam Kaskel, ich bin heute Abend die Moderatorin und bin jetzt aus Kassel nach Darmstadt gereist, bin seit Herbst letzten Jahres mit Vorsitzende der RLS in Hessen und freue mich sehr, dass ich heute zum ersten Mal in meinem Leben in Darmstadt sein darf und dass so viele Leute gekommen sind. Herzlich willkommen, das freut uns sehr. Wir haben viele Gäste heute hier auf dem Podium im Hofhardt-Theater und zwar fange ich jetzt einfach mal hier ganz links an. Martin Günther ist für uns auch auf der Europa-Liste für die Europawahl, kommt aus Brandenburg, kann ja vielleicht auch gleich noch ein paar Worte zu sich selber sagen, beschäftigt sich aber auch sehr viel mit dem Thema Wirtschafts-, Industrie-, Finanzpolitik als Ökonom. Dann hier noch zu meiner Linken unsere hessische Europawahl-Kandidatin Desiree Becker, die ich auch sehr herzlich begrüße. Die ist auf Listenplatz 7, wenn ich mich noch richtig erinnere. Genau, wäre die Jugendsekretärin und Bildungsreferentin und sehr aktiv auch in Gießen, vor allen Dingen für die Linke. Genau, dann habe ich hier noch eine ganze Riege weiterer Experten zu meiner Rechten. Das ist einmal Maximilian Watschlawick von der IG Metall, Ressortleiter Europapolitik. Ja, ja. Ja, also im Internet steht es noch so. Aber er macht bei der IG Metall irgendwas mit Europa und erzählt hoffentlich spannende Sachen aus der industriepolitischen Perspektive der Beschäftigten. Dann haben wir noch Alfred Eibel von Attac Deutschland hier zu Gast, der Finanz- und Steuerexperte ist heute für uns. Und dann habe ich hier noch sitzen, der sich gerade noch fleißig Notizen macht, Roland Kulke von Transform Europe. Das habe ich mir erklären lassen als so eine Art Dachverband der linken Stiftungen, Organisationen in Europa, die in Brüssel mit so circa 30 Organisationen und Stiftungen politische Bildung auf links macht und da auch viele Akteure vernetzt und in Brüssel sehr umtriebig ist. Genau, ich möchte auch noch herzliche Grüße von Arif Rüska ausrichten, dem Büroleiter in Brüssel, der mit uns zusammen diese Veranstaltungsreihe organisiert hat. Der ist gerade auf der WTO-Konferenz in Dubai und kann deswegen heute leider nicht dabei sein. Aber von denen gehen auch auf jeden Fall Grüße an uns alle hier. Genau, also das Thema, was uns heute ja alle hergeführt hat, ist linke Antworten auf die europäische Sparpolitik. Also wollen uns viel mit aktuellen politischen Initiativen und dem Problem auf der EU-Ebene auseinandersetzen. Und ich würde jetzt einfach mal kurz starten mit einer Frage ins Publikum, was wir uns dann für später merken, was ihr eigentlich mit der EU verbindet. Also einfach mal jeder so ein Schlagwort, was ihm einfällt, reinrufen und dann gucken wir mal, ob wir das nachher in der Diskussionsrunde irgendwie mit abfrühstücken können. Also was verbindet ihr persönlich als BürgerInnen, die hier in Darmstadt wohnen, denn mit der EU? Einfach mal so ein Wort. Okay, wir nehmen das mal so auf als Stichworte und gucken, ob wir das dann in der Diskussion nachher unterkriegen. Jetzt würde ich aber gern erst mal das Wort an Desi abgeben. Die wird so eine kleine Standortbestimmung zum Anfang vornehmen. Wie ist eigentlich gerade die aktuelle Situation in der EU? Was sind die drängenden Herausforderungen und Probleme? Und danach starten wir dann in die erste Runde mit unseren Podiumsgästen. Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Abend. Und ich freue mich, dass ich hier in Darmstadt sein kann, um natürlich die momentane Situation, in der die EU sich befindet, beziehungsweise welche Diskussionen auch auf europäischer Ebene geführt werden, zu verstehen. Sollte man sich halt immer noch mal ein bisschen anschauen, was denn die letzten Jahre so in der EU passiert ist. Und das war, wie auch in Deutschland, ziemlich viel, nämlich ziemlich viele multiple Krisen. Ich glaube, der Begriff kennen viele von uns. Und ich musste mir sogar einen Zettel machen tatsächlich, weil ich sonst wahrscheinlich irgendeine vergessen hätte. Und genau, das hat eigentlich, also ich fange so 2016 ungefähr an. Also es wird jetzt nicht lange, sondern wir machen kurz, was ist da eigentlich so alles passiert. Vielleicht kennt ihr es noch, dass England, der Brexit, das war so der erstmalige Fall eines Austrittes eines Staates aus der EU und man hat halt auch versucht, da eine linke Antwort drauf zu geben, auf diesen Brexit. Aber letztlich hat sich England, also oder man sieht, dass es jetzt nicht unbedingt positiv für die Engländer vor Ort ausging. Und dass das natürlich auch irgendwie diese Rechtsverschiebung in der EU mit befeuert hat. Und man muss auch sagen, dass diese Abstimmung für diesen Ausstieg aus der EU natürlich auch irgendwie befeuert wurde mit Fehlinformationen. Also man hat halt irgendwie gesagt, ja, wir geben der EU so viel Geld, das könnte man ja irgendwie hier vor Ort in unsere öffentliche Daseinsvorsorge stecken. Und das ist halt de facto nicht passiert. Und dann ist halt auch die Frage, inwieweit man da auch einen Gewinn aus diesem Brexit gezogen hat. Genau, zur etwa gleichen Zeit gab es die Trump-Regierung. Die Trump setzte die EU ganz schön unter Druck. Man wusste einfach nicht genau, was jetzt für eine Entscheidung morgen getroffen wird. Und da hat auch die EU, würde ich sagen, schon angefangen, um Souveränität und Unabhängigkeit zu streiten, beziehungsweise sich zu überlegen, wie das aussehen könnte in dem Weltgefüge. Und jetzt, dass es gerade vor kurzem passiert, wird natürlich auch in der EU darüber gesprochen, was passiert denn, wenn Trump dieses Jahr wiedergewählt wird. Und anscheinend ist die Antwort, weil wir eben das Schlagwort auf Frieden hatten, dass man überlegt, die EU weiter aufzurüsten. Das war jetzt, glaube ich, vor zwei Wochen in den Nachrichten. Und da ist halt auch die Frage, ob wirklich ein Krieg und Aufrüstung Sicherheit bedeutet. Ich glaube, das ist nicht in unserem Interesse. Und ich denke auch, dass diese Wahl auf jeden Fall richtungsweisend ist, wenn wir überlegen, dass halt hier auch ein Rechtsruck bei der Europawahl sein kann. Das wird sich zeigen, wenn Trump dann an die Macht kommt, ob wir uns dann nicht noch mehr in die Nationalstaatlichkeit generell verlieren. Das ist natürlich ein Blick in die Glaskugel. Das werden wir dann sehen. Ja, und dann vielleicht auch wichtig für heute die Corona-Politik. Also die EU-Kommission hat während Corona binnen kürzester Zeit eigentlich die sogenannte Schuldenbremse der EU, also der Wachstums- und Stabilitätspakt, einfach ausgesetzt. Und erstmalig haben EU-Länder Gelder gemeinsam aufgenommen und Schulden aufgenommen, um die Auswirkungen der Corona-Krise zu stemmen. Und das wurde auch im letzten Jahr diskutiert. Ich habe eben noch mit Martin darüber gesprochen. Letztes Jahr ging man eigentlich noch davon aus, dass dieser Wachstums- und Stabilitätspakt entweder reformiert oder vielleicht gar nicht mehr zurückkommt. Das wurde torpediert durch unter anderem unsere Bundesregierung AK Lindner, aber natürlich auch andere Regierungen in der EU. Aber da war natürlich Deutschland auch mit Federführen. Und zuletzt natürlich der Ukraine-Krieg. Der hat natürlich zu einer Verschiebung einer geopolitischen Lage geführt, eine Verknappung von Rohstoffen und Energie und letztlich zum Antreiben von der Inflation in ganz Europa. Und das hat natürlich auch soziale Probleme verstärkt. Also um ein Beispiel zu machen, Wohnraum. Wohnraum war vorher schon knapp. Man hat über Jahre nicht in Wohnraum investiert. Tut man es jetzt, ist es doppelt so teuer durch Inflation und Co. Und man hat nicht auf diese Krisen reagiert, indem man irgendwie eine Sozialunion gestärkt hat, sondern man hat eigentlich auf Militarisierung und Aufrüstung gesetzt. Und da reden wir ja heute drüber, wie wir linke Antworten auf die Politik hier in der EU finden. Genau, vielleicht so kurz, damit wir alle auf einem Stand sind. Gut, danke, Disi, für das Eingangsstatement. Dann würde ich jetzt einfach mal nach rechts gucken zu Roland. Der arbeitet ja in Brüssel und guckt sich das Treiben da so an. Wie würdest du denn da die Lage aktuell in Brüssel beschreiben? Und was sind denn auch vielleicht Erfolge von Linken, Aktionen, Aktivitäten im Europaparlament? Und was kann man da nennen aus den letzten fünf Jahren? Weil Brüssel ist ja irgendwie weit weg, also zumindest in meinem Alltag. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht seid ihr alle Europaexperten. Aber bei mir kommt da relativ wenig bei rum. Was würdest du denn da als relevante Sachen einschätzen? Ja, erstmal tausend Dank für die Einladung, dass ich hier bei euch sein darf, auch in der schönen Stadt. Ich habe das genossen, den Nachmittag draußen einen Kaffee zu trinken und war ganz angetan. Deswegen, also tausend Dank, dass ihr hier seid. Ich denke, dass es nicht normal ist, dass man abends bei so schönem Wetter sich über die EU unterhält. Deswegen finde ich das großartig, dass wir hier zusammensitzen. Ja, ich sitze in Brüssel. Ich arbeite für Transform Europe in Brüssel. Und ich sage mal so, wenn man als Linker in Brüssel sitzt, dann hat man einen kritischen Blick auf die EU. Deswegen gehen auch kleine Erfolge, beziehungsweise dann teilweise gar nicht so kleine Erfolge gerne unter. Weil es so viel Problematisches gibt. Wir sind sehr gerne dagegen und zu Recht. Weil uns gefällt die Welt ja nicht so, wie sie ist. Deswegen, was wir mal gemacht haben, war mal uns angucken, was kann man eigentlich in der EU erreichen. Und gerade eben halt auch erreichen, wenn man sich zum Beispiel die linke Fraktion anguckt. In der wir, also zum Beispiel die deutsche Linke, sitzt zusammen mit der französischen Linken, spanischen Linken. Aber es ist die kleinste Fraktion im Europäischen Parlament. Kann man da eigentlich überhaupt etwas machen? Und ich habe hier einfach euch ein paar Beispiele mitgebracht, die teilweise sehr erstaunlich sind. Was man so rocken kann in diesem Konglomerat EU, das eben so wunderbar beschrieben wurde als undurchschaubar. Und zwar nicht nur aus der Darmstädter Perspektive, sondern auch, wenn man über ein Jahrzehnt bereits in Brüssel ist, ist es immer noch so. Also eine Sache ist zum Beispiel, die linke Fraktion hat das hinbekommen. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, diesen Skandal um diese Abgeordnete im Europäischen Parlament, die sich unglaubliche Geldsummen unter den Nagel gerissen hat. Und da war wirklich von Anfang an die Linksfraktion, also Kylie hieß sie dabei, massiv auf die Transparenz der Arbeit einzugehen. Also die Offenlegung der Arbeiter, der Parlamentarier, um denen sozusagen wirklich aufs Auge zu drücken, dass sie eben ihre Kontakte nach außen zu den Lobbyisten hin offenlegen mussten. Da sind wir sehr angenehm dann auch zurückgedrängt worden von der konservativen Seite, die plötzlich das dann auch nicht mehr wollte, so das Offenlegen oder sowas. Aber da hat man gemerkt, was man auch als kleine Fraktion hinkriegen kann. Ein wundervolles Beispiel, was man hinkriegen kann, wenn man sagt, wir halten den normalen Weg nicht ein, ist, was eine französische Abgeordnete von der Linken, von La France Insémis hinbekommen hat. Es ist ja so, die Abgeordneten sitzen in Brüssel und warten immer, dass die Europäische Kommission einen Gesetzesvorschlag bringt. Das Europäische Parlament kann keine Gesetzesvorschläge machen. Ein sehr lustiges Parlament, aber so ist es halt. Also man wartet darauf, dass die Kommission kommt. Jetzt im Zusammenhang mit der Plattformarbeit hat eine Abgeordnete das umgedreht und hat gesagt, ich tue jetzt mal so, als wäre ich die Kommission. Und hat einen Gesetzesvorschlag ausgearbeitet, den hingelegt bei einer Pressekonferenz und den so präsentiert, als wäre sie die Kommission. Und die hat diesen Gesetzesvorschlag so gut ausarbeiten lassen, dass die Kommission vollkommen perplex war und teilweise ganze Absätze kopiert hat in ihrem eigenen Vorschlag, der dann später kam. Jetzt ist es so, ihr habt das vielleicht verfolgt, dass die gesamte Gesetzgebung zur Plattformarbeit von den Nationalstaaten torpediert wurde und nicht durchkam. Aber erstmal, also die Sache ist die, die Kommission macht einen Gesetzesvorschlag, dann wird das diskutiert, also die Kommission diskutiert, das Europäische Parlament diskutiert und dann der Rat. Der Rat, da sitzen die Regierungen drin und die Ministerien, die nationalen Ministerien, die diskutieren das dann. Und ganz am Ende müssen alle drei Institutionen, Kommission, Europäisches Parlament und der Rat müssen sich einigen. Normalerweise in nächtelangen Sitzungen, die also bis morgens um sieben Uhr dauern. Und da ist dann der relativ gute Vorschlag des Europäischen Parlaments zurückgetrieben worden, aber immerhin kann man dieses Beispiel nehmen, um zu zeigen, was man hinkriegt, selbst von einer kleinen Fraktion, von wenigen Abgeordneten, mit intelligenter Arbeit. Ja, das finde ich so ein sehr, 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 sehr schönes Beispiel. Eine andere Sache ist, ich kürze mal ab von meiner schönen Sache. Ihr habt das mitbekommen, als Corona über Europa kam mit der Frage, wie sieht es denn aus mit den Impfungen, mit der Freigabe der Impfpatente auch für den globalen Süden. Wer darf geimpft werden? Wo kommt das Zeug her? Wie sieht es eigentlich aus mit den Verträgen? Wissen wir eigentlich, was da kommt? Und da gab es ein unglaublich schönes Spiel zwischen der Linksfraktion im Europäischen Parlament und der Zivilgesellschaft außerhalb. Das ist vor allem betrieben worden von dem einen, einen belgischen linken Abgeordneten von der PTB, das ist die Partei der Arbeit Belgiens, Marc Butenga. Der hat das wunderbar sozusagen immer über Bande gespielt. Der ist nach draußen gegangen, zur Zivilgesellschaft, zu den NGOs, den Bewegungen, hat das wieder ins Parlament reingetragen. Und dieses Spiel sozusagen, das Hin und Her, Innen, Außen, das hat unglaublich gut gewirkt, um zumindestens maximalen Druck auf die Kommission auszuüben. Jetzt kann man sich darüber streiten, wie erfolgreich war das am Ende. Aber immerhin, das hat gezeigt, sozusagen dieses Im-Parlament-Sein und Draußen-Sein und das Kombinieren, das hat wunderbar funktioniert. Nur noch zwei kleine Beispiele. Ein Abgeordneter von uns aus der dänischen grün-linken Partei hat in Kooperation mit anderen Abgeordneten anderer Parteien sehr gut dann ein Gesetz durchbekommen zum Schutz der Arbeiter vor Asbest. Für mich, als die das mir erzählt haben mit Asbest, dachte ich, das ist doch ein 80er-Jahre-Thema. Genau das Gegenteil ist, weil wir jetzt unsere Häuser renovieren müssen und der ganze Asbest da drin ist, ist das eine wahnsinnige, also zehntausende Arbeiter pro Jahr kommen damit um. Und das hat der Abgeordnete eben aus der dänischen grün-linken Partei wirklich sehr gut gepusht. Letztes Beispiel, was ich bis heute nicht verstanden habe, vielleicht können das andere hier auf dem Panel oder auch ihr dann wirklich erklären. Die EU hat plötzlich eine Richtlinie zum Mindestlohn. Es gibt die Idee, dass es eine Art Mindestlohn gestaffelt nach Ländern in der EU geben darf oder geben soll. Ich habe es bis heute nicht wirklich verstanden, wie man das durchbekommen hat. Es ist sozusagen Macron aus Frankreich, ein Liberaler, der hatte eigene Ideen, warum er das wollte. Dann haben wir das natürlich unterstützt, Sozialdemokraten haben das unterstützt. Es gab also plötzlich sozusagen eine Allianz, die ungewöhnlich war, die einen unglaublich wichtigen Baustein, einen von vielen Bausteinen, eines sozialeren Europas durchbekommen hat. Und das zeigt sozusagen die Möglichkeit, was man erreichen kann. Das heißt nicht, dass das jetzt alles gut ist und dass man jetzt irgendwie die EU, so wie sie ist, jetzt in Ruhe lassen sollte oder sowas. Aber es zeigt Möglichkeiten der Intervention. Vielen Dank. Okay, danke Roland. Dann würde ich jetzt mal eine Frage an Martin richten. Du kommst ja aus Brandenburg, bist Ökonom und beschäftigst dich viel mit Struktur und Finanzpolitik. So mal kurz umschrieben. Wenn jetzt die Linke zur Europawahl antritt. Wir haben jetzt viel gehört, was es für Problematiken gibt. Also das Konzept der EU, die Demokratie, da gibt es ein großes Demokratiedefizit. Das ist nicht besonders toll. Es gibt irgendwie so einen Schwenk hin Richtung Zurüstung wahrscheinlich. Und auch so die ganzen Querelen mit einem allgemeinen Rechtsruck und aber auch im Vier-Lobbyismus. Also was sind da bei so einer großen Gemengelage von Problemen eigentlich Antworten und Konzepte von links, die die Linke hat? Weil ihr beiden steht ja auch irgendwo für dieses Wahlprogramm jetzt. Und warum ist es jetzt eigentlich gerade so wichtig, zur EU-Wahl zu gehen? Weil das ist ja auch eigentlich so, wenn man sich die Statistiken anguckt, eine der Wahlen, wo besonders wenige Leute interessiert sind, ihr Kreuz zu machen. Was würdest du den Leuten sagen, warum die denn überhaupt am Sonntag oder wann es dann genau ist, losgehen sollten? Die Antwort ist ganz einfach. Das, was Roland beschrieben hat, waren kleine Erfolge. Umso größer die Linke dort auch im EP ist, umso größer werden auch die Erfolge. So einfach ist das erstmal. Und das heißt ganz konkret, dass wir das Leben von Beschäftigten, von Menschen, von Mieterinnen, von Pflegekräften im Zweifelsfall auch über die EU dann entsprechend verbessern können. Weil es ist ja eine Binnensweisheit, dass vieles, was auch auf kommunaler Ebene, wahrscheinlich auch in Darmstadt, hier mitgestaltet werden kann oder eben nicht mitgestaltet werden kann, auch ein Stück weit was mit der EU zu tun hat. Das heißt, das, was wir brauchen, ist nicht nur eine starke Linke in Darmstadt oder im Land Hessen oder auf der Bundesebene, sondern auch im Europäischen Parlament, um dort tatsächlich die entsprechenden Nägel auch einschlagen zu können. Und ich sage mal, ich als Ökonom habe natürlich jetzt sehr mit Argwohnen verfolgt, welche Möglichkeiten bzw. Einschränkungen von Möglichkeiten uns da womöglich jetzt gerade wieder drohen. Also es wurde kurz angesprochen. Also ich war auch einer derjenigen, die gesagt haben, der Stabilität- und Wachstumspakt ist tot und er möge nicht wiederkommen. Aber was wir jetzt sehen, tatsächlich richtig beschrieben, extrem aus Deutschland betrieben, von der FDP betrieben. Warum haben wir hier einen Haushalt bekommen in Deutschland, der 2024 jetzt unbedingt die Kreditbremse im Grundgesetz einhalten musste? Damit Lindner eine große Backe machen konnte und zusammen mit anderen Staaten dort durchziehen konnte und eine Wiedereinsetzung des Wachstum- und Stabilitätspaktes machen konnte. Für Deutschland ist das jetzt gar nicht so großartig das Problem. Weil die Kreditbremse im Grundgesetz ist wesentlich schärfer als die Regelungen in der EU. Aber wenn man sich mal umguckt, unsere belgischen Genossen, PTP, Partei der Arbeit, haben letzte Woche ein Newsletter verschickt, haben sie gesagt, das, was da vereinbart wurde, heißt für uns nächstes Jahr 28 Milliarden Euro Kürzung. Und wir wissen, was unsere Regierung am ehesten kürzen wird. Und das wird nicht Militär sein, so viel sei schon mal verraten, sondern es wird natürlich an die harten Sachen gehen, an das Soziale gehen. Und insofern ist diese Wahl eine Entscheidungswahl, ist eine Richtungswahl in vielerlei Sachen. Wenn wir jetzt Union und FDP in Deutschland Tönen hören, sie wollen diese Wahl zu einer Wahl über Bürokratie machen wollen. Nicht falsch verstehen. Ich finde auch einiges an EU-Regeln, könnte man nochmal sich angucken und könnte man vielleicht auch ein bisschen entschlacken. Aber wir wissen doch ganz genau, was Union und FDP eigentlich meinen, wenn sie Bürokratieabbau meinen. Ich sag mal, als wir in Deutschland dieses Bürokratieentlastungsgesetz gemacht haben, wisst ihr, da haben sie das mal alles so monetarisiert, in Geldgrößen versucht auszudrücken, was an Bürokratie angeblich oder tatsächlich in Deutschland war. Wisst ihr, was da der größte Posten war? Der Mindestlohn. Mindestlohn ist für dieses Pack Bürokratie. Das heißt, wir müssen uns klar machen, wenn die über Bürokratieabbau reden, reden sie darüber, soziale Rechte abzubauen, Beschäftigtenrechte abzubauen, ökologische Rechte abzubauen. Und genau das sehen wir jetzt auch in der EU in den letzten Monaten. Alle Regelungen, die jetzt irgendwie nochmal etwas progressiver waren, sind unter Beschuss geraten. Mit einer Mehrheit aus konservativen, liberalen und Rechten. Das heißt, die Brandmauer in Europa wankt da auch ganz schön. Und man ist bereit, mit den ganz Rechtsaußen jetzt auch Gesetze oder Verordnungen, direktiven, Richtlinien auf Deutsch dann auch durchzusetzen. Und das ist auch wiederum eine Gefahr. Und wir müssen diese Europawahl tatsächlich zu einer Entscheidungswahl darüber machen, wie dieser Rechtsruck in Europa vonstatten geht oder möglichst nicht vonstatten geht. Und das ist nicht hoffnungslos. Gucken wir nach Polen. Da hat eine Mitte-Links-Regierung jetzt übernommen. In Spanien, trotz aller Zugewinne, die die Rechten haben, hat eine Mitte-Links-Regierung wieder übernommen. Es ist möglich. Und das sollten wir auch in Deutschland schaffen. Ich bin allen halber gern bereit, mit Grünen, mit der SPD, meinetwegen auch mit der CDU und mit den Liberalen darüber zu diskutieren, wie wir für die Menschen, fürs Klima, die EU voranbringen. Aber ich habe keine Lust, nochmal irgendwie über Aufrüstung zu reden, über Migration zu reden. Weil wir wissen, das wird ein Überbietungswettlauf nach rechts. Aber was wir brauchen, ist eigentlich mal ein Überbietungswettlauf nach links. Und da lasst mich ganz kurz sagen, auf dem Hinweg hier nach Darmstadt, habe ich mir einen Wahlkampfwunsch wahrgemacht. Ich bin zur EZB gefahren. Habe mich da kurz vor das Haus gestellt. Habe natürlich ein Video gemacht. Wenn wir über die EU reden, sollten wir auch immer darüber reden, was macht eigentlich diese Europäische Zentralbank. Oder was macht sie eben nicht. Wenn wir uns das Budget der EU angucken, dann ist das im Vergleich zu dem, was die EZB jahrjährlich bewegt, Peanuts. Die bewegen hunderte Milliarden, die EZB bewegt Billionen. Und insofern ist es Zeit, diese total undemokratische Struktur tatsächlich auch da mehr Druck auszuüben. Und einfach, ich sage mal, es ist ja traurig, dass man auf die USVA verweisen kann. Aber in den USA ist klar, die dortige Zentralbank hat nicht nur ein Inflationsziel. Nein, sie hat ein Beschäftigungsziel. Sucht man bei der EZB ganz vergebens. Und angesichts der Problematiken, die wir haben, durch die multiplen Krisen, die auch auf die EU total einwirken, müsste es doch vollkommen klar sein, dass wir nicht nur ein Beschäftigungsziel für die EZB brauchen, sondern vielleicht auch mal darüber nachdenken sollten, ob insbesondere Europa, insbesondere der Euroraum vorangeht und sagt, Okay, wir brauchen auch ein Klimaziel, was die EZB zu verfolgen hat. Und schwuppdiwupp hätten wir allein deswegen wesentlich weniger Diskussionen, wie wir sie diese Woche im deutschen Fernsehen erleben könnten. Nur im Schlaraffenland gibt es Butter und Kanonen. Ich weiß gar nicht, warum ich die Kanonen haben will. Aber das sei mal dahingestellt. Aber es ist auch Unsinn, wenn man sich anguckt, was die EZB gerade an Konzernen und Banken finanziert. Wenn sie einen Bruchteil dafür in sinnvolle Investitionen mitgeben würde, dann hätten wir weder bei Pflege noch bei Miete noch beim Klimawandel ein Problem. Um das mal ganz praktisch zu machen. Eine Studie im Auftrag der EU hat vor kurzem festgestellt, wir brauchen 400 Milliarden Euro im Jahr, um die Klimaziele in der EU zu erreichen. Das klingt jetzt erst mal sehr viel. Aber wenn man sich das anguckt, sind es noch nicht mal 2% des Bruttoinlandsproduktes in Europa. Das, was die gerade für Militär machen wollen, verweigern sie, damit wir die Klimaziele erreichen. Das ist die Realität. Also es soll uns keiner in diesem Wahlkampf erzählen, dass das Geld nicht da war. Wer den Wirtschafts- und Stabilitätspakt, die Kreditbremse wieder einsetzt, wer nicht bereit ist, die EZB tatsächlich zu einem entsprechenden Kurs zu verdonnern, der darf uns nicht erzählen, dass kein Geld da ist für Soziales, für Beschäftigung, für Klimainvestitionen in entsprechende Industrien, für den Klimawandel. Vielleicht erst mal so viel. Okay. Danke Martin für dein emotionales Plädoyer. Ach, das war noch gut, wie wir uns zu sagen. Bin ich ja mal gespannt auf den Wahlkampf. Alfred, dich habe ich ja auch noch hier. Und Martin hat ja schon angefangen, über das Thema Finanzpolitik in der EU und die EZB zu reden. Und da können wir jetzt perfekt überleiten zu deinem Fachgebiet. Und wie würdest du denn in deinen Worten die fiskal- und finanzpolitische Situation der EU beschreiben? Und was treibt die EZB gerade? Also Stichwort Zinserhöhung. Wie könnten da linke Ideen von Umverteilung anpacken und auch umgesetzt werden? Hast du da ein paar praktische Beispiele mitgebracht? Kurz zu meinem Hintergrund. Also ich bin weder Volkswirt noch Steuerberater. Ich bin Ingenieur, habe aber im Großteil meines Arbeitslebens war ich aktiv in der betrieblichen Interessenvertretung, Betriebsrat, Gewerkschaft und war auch im Aufsichtsrat. Und ich war in einem Unternehmen, das in der Finanzkrise 2008 von einer amerikanischen Heuschrecke gerettet wurde. Und das war dann für mich dann nochmal so der letzte Anschluss zu sagen, und wenn ich dann mehr Zeit habe, dann setze ich mich mit Steuer- und Finanzpolitik intensiver auseinander. Und das mache ich jetzt seit zehn Jahren bei der Bayer-Tag. Soweit zum Hintergrund. Und zum Thema EU und Geld kann man ganz einfach sagen, die offizielle Politik der EU läuft genauso wie in Deutschland. Das heißt, wenig Geld für Staat und Gesellschaft und viel Geld für die Oligarchie. Das kann man ganz einfach sagen. Das heißt, knappe Finanzmittel. Wenn man sich anschaut, wo kommen denn Finanzmittel her, dann hat man in der Regel drei Quellen. Das eine war die Frage Kredite. Das ist schon besprochen worden. Den Stabilitätspakt brauche ich jetzt, glaube ich, nicht mehr weiter eingehen. Da ist immer die Frage halt, wie man bestimmte Situationen besser nutzt. Es wird ja immer gesagt, die EU ist neoliberales Projekt und da geht nichts. Und bei Deutschland könnte man das Gleiche sagen. Aber wenn der richtige Impuls kommt und es in die richtige Richtung geht, dann geht es auch sehr schnell, dass auf einmal ein Sondervermögen geschaffen wird von 100 Milliarden. Und das ist natürlich kein Vermögen, sondern das sind 100 Milliarden zusätzliche Schulden. Aber da ist dann eine Grundgesetzänderung ohne weiteres möglich. Aber warum hat dann die SPD und die Grünen das nicht dazu genutzt, zu sagen, wir machen nicht nur 100 Milliarden, sondern wir machen 200 Milliarden und nehmen dafür andere Themen, zum Beispiel Klimaschutz, Umweltschutz mit rein oder soziale Aspekte. Also das heißt, wenn es Situationen gibt, wo Veränderungen stattfinden, dann müsste man das viel besser nutzen. Das war das Thema Kredite. Ich denke, da ist im Moment mit dem Stabilitätspakt erst einmal der Zug wieder abgefahren. Was ein zweiter wichtiger Punkt für uns ist, ist dieses Thema, was ganz aktuell ist, ist die Steuerkonkurrenz. Wir haben ja die Situation, dass wir die Steuerkonkurrenz haben. Ich habe mitgebracht das schöne Titelbild vom Wettbewerb der Steuersysteme. Das ist die neue Broschüre vom Bundesverband der Deutschen Industrie, zusammen erstellt mit der KPMG, einer Wirtschaftsberatungsgesellschaft. Zwei männliche Tiere kämpfen hier. Um was sie kämpfen bei Steuersystemen? Man könnte jetzt da wilde Spekulationen auftreiben. Das lasse ich jetzt. Was der Hintergrund ist, ist, dass wir immer noch diese Steuerkonkurrenz haben. Das heißt, der Versuch, die steuerliche Belastung von unten in Schleifen nach unten zu fahren. Hier wird jetzt gesagt, Deutschland ist ein Nachteil, soll die Steuern reduzieren. Heißt natürlich, dass im nächsten Schritt andere Länder gezwungen sind, wieder die Steuern zu reduzieren. Und deswegen unser Ansatz zu sagen, wir müssen diese Steuerkompetenz auf höhere Ebene heben. Auf die EU-Ebene heben oder, was ja auch nochmal im Moment oder letztes Jahr im Herbst ganz gut gelungen ist, auf die Ebene der UN gibt es ja da eine Steuerkonvention, die wird sich demnächst zum ersten Mal treffen. Also das ist ein wichtiger Punkt und da wäre die EU ein richtiges Instrument, Steuerkonkurrenz auszuschalten. Was wir ja ansatzweise haben mit der Mindestbesteuerung dieser internationalen Konzerne, aber eben noch viel zu niedrig und mit viel zu vielen Löchern ausgestattet, sodass es nicht so wirksam ist, wie es sein sollte. Das ist der zweite Punkt und der dritte Punkt. Also erster Punkt war Kredite, zweiter Punkt ist einfach, die steuerliche Volumen zu erhöhen, eben indem dieses Steuersenkungswettbewerb reduziert wird und im Gegenteil Steuern erhöht werden, insbesondere eben im Bereich Vermögensbesteuerung, was sinnvoll wäre, die wieder einzuführen. Und ja, soweit an der Stelle. Und es gibt ein drittes Punkt. Es gibt ja auch noch eine Institution, die Geld drucken kann. Du hast das ja schon erwähnt, die EZB. Und ich darf vielleicht, ich habe da eigentlich inhaltlich nichts nachzuschieben, ich darf nur vielleicht ein paar Zahlen nachschieben an der Stelle. Die EZB subventioniert zurzeit jährlich die europäischen Banken mit 140 Milliarden pro Jahr. Wie macht sie denn das? Indem sie den Banken einfach einen Einlagenzinssatz von 4% zahlt und wenn unser einer zur Bank geht und Einlage macht, dann darf er froh sein, wenn er nichts zahlen muss, sondern wenn er vielleicht ein halbes Prozent kriegt. Den Rest schieben die Banken ein. Und was heißt das? Die Banken haben, also die Banken der Eurozone haben jetzt angekündigt, in diesem Jahr 120 Milliarden an Dividenden- und Aktienrückkaufprogrammen auszuschütten. Also die 140 Milliarden, die sie von der EZB bekommen, gehen als 120 Milliarden nicht an die Kunden der Banken, sondern sie gehen an die Aktionäre in Form von Dividenden- und Aktienrückkaufprogrammen. Was natürlich zur Folge hat, dass die EZB Defizite hat. Man schätzt, dass dieses Programm, das im Moment läuft, dass die Banken einen hohen Einlagenzins bekommen, allein bei der Deutschen Bundesbank an die 450 Milliarden, 450 Milliarden über die nächsten 15 Jahre sind, denn so lange laufen die Anleihen, die die Europäische Zentralbank in der Niedrigzinsphase aufgekauft hat. Also wir haben die an allen drei Ecken, wo es um Geld geht, gesellschaftlich, also bei Krediten, bei der Steuerpolitik und bei der EZB, gäbe es Ansätze, wo die EU eine gute Rolle spielen könnte, eben indem zum Beispiel der Stabilitätspakt aufgelöst wird und damit die deutsche Schuldenbremse auch nochmal infrage gestellt wird, bei der Frage der Steuerpolitik, sowohl auf Unternehmensebene als auch bei der Frage der Vermögensbesteuerung und dritten bei der Geldpolitik, wo eben die EZB, sie ist von ihrer Rechtslage her absolut nicht gezwungen, so hohe Einlagezinsen an die Banken zu zahlen, die könnte die jederzeit reduzieren, nicht in einem Schritt, aber in einem Anpassungsprozess. Also von daher, an Geld mangelt es nicht, aber ist nur die Frage, für wen? Das ist der zentrale Punkt und das denke ich, wir werden heute Abend noch ein bisschen genauer dann diskutieren. Danke erstmal. Okay, danke Alfred. Also wir hatten jetzt schon ein bisschen was gehört, was die Linke vorhat. Wir haben ein bisschen was gehört, wie die Situation in Brüssel gerade so eingeschätzt wird, was vielleicht auch einige Erfolge waren. Wir haben was aus der Zivilgesellschaft von Attac gehört zu dem Thema, wie könnte man mit dem Geld in der EU besser umgehen. Und jetzt ist hier die Frage, ja was sagen denn eigentlich die Beschäftigten dazu, zumal in einem Wirtschaftsbereich, nämlich der Industrie, wo ja auch große Transformationsprozesse anstehen. Dafür haben wir Max heute hier und der wird jetzt uns dazu ein bisschen was erzählen. Was haltet ihr von den Vorschlägen der EU-Kommission in dem Bereich? Da gibt es ja auch verschiedene Programme, die aufgelegt wurden. Wie beurteilt ihr das aus IG Metall Perspektive? Ja, das ist eine wahnsinnige Aufgabe, da jetzt sozusagen in der Kürze der Zeit darauf einzugehen. Ich versuche mich mal auf ein paar Punkte zu fokussieren, die bei uns in der Debatte wichtig sind und die auch bei uns in der Debatte, in unseren Diskussionen und Debatten auf europäischer Ebene und mit unseren europäischen Schwestergewerkschaften sozusagen zunehmend wichtig sind. Und ich würde sagen, das ist in gewisser Weise ein Spagat. Wir wissen, Transformation und gerechte Transformation wird nur mit aktiver staatlicher Industriepolitik funktionieren, sozusagen. Also man braucht staatliche Lenkung und Industriepolitik, also Investitionslenkung kann man über unterschiedlichste Wege und Mittel machen, sozusagen. Also man kann Preissignale setzen. Das ist ja meistens der unsozialste Weg, sozusagen, indem man einfach Güter verteuert, künstlich verteuert und dadurch oft sozusagen, aber gerade wenn das sozial unreguliert läuft, die einkommensschwächeren Haushalte trifft. Man kann es ordnungspolitisch machen, über Verbote von bestimmten Technologien etc. Auch da stößt man ja dann sozusagen gerade innovationspolitisch irgendwie an anderen Grenzen. Und was wir sagen ist, oder was wir sagen würden, wir brüßen den investitionspolitischen Arm, also die Möglichkeiten über Investitionspolitik, also eine gerechte Transformation voranzutreiben und auch eine Dekarbonisierung der Industrie voranzutreiben, damit sozusagen das wäre der richtige Anlauf. Und da ist natürlich einiges nachzuholen auf europäischer Ebene. Die Europäische Union kann man jetzt natürlich viel vorwerfen, dass sie da zu wenig gemacht hat. Martin hat ja die entsprechenden Dinge gerade schon aufgezählt, wo es noch die Möglichkeiten gäbe, fiskalpolitisch, geldpolitisch etc. noch nachzusteuern. Aber andererseits muss man ja auch sagen, der EU sind da auch einfach vertragsrechtlich vielfach Grenzen gesetzt, sozusagen wo man, wenn man jetzt sozusagen über eine Reform der EZB spricht, wo man sozusagen jetzt auch über eine aktivere europäische Investitionspolitik und tatsächlich auch aktivere Verteilungsmechanismen spricht, man ja auch an die Verträge ran müsste. Und da bin ich sehr, ja, da kann man sich drüber streiten. Zum Beispiel glaube ich, dass das, was wir in der Corona-Zeit gesagt haben, dieser Wiederaufbau- und Resilienzfazilität, die wir da bekommen haben, wo es ja tatsächlich darum ging, endlich mal haben wir sozusagen solidarisch finanzierte Investitionsfazilität, wo es um gemeinsame Schuldenaufnahme ging, sozusagen, die nicht nur Kredite ausgezahlt hat, sondern richtig den Ländern halt auch Zuschüsse ausgezahlt hat für bestimmte Investitionen. Und ich glaube, dass es das ohne Vertragsänderungen so nicht nochmal geben wird, sondern dann werden sich halt nationale Verfassungsgerichte, insbesondere solche wahrscheinlich, im allerersten Fall auf die Hinterbeine stellen und sagen, das ist so in den europäischen Verträgen nicht vorgesehen, wenn es nicht der EuGH selbst macht. Also da bin ich skeptisch, ob das wirklich ohne Vertragsänderungen möglich ist und das derzeit angesichts der Situation auch der drohenden Elektorat in den entsprechenden Ländern und des vielfachen Kippens nach rechts wirklich zu wagen, da würde ich ein vorsichtiges Fragezeichen da setzen. Also ich will nur sagen, die EU selbst hat gewisse Spielräume sozusagen, die sind aber nicht so breit, wie wir es im nationalstaatlichen Kontext haben. Von daher denke ich, die vorrangige Aufgabe so einer investitionsorientierten, aktiven Industriepolitik liegt bei den Mitgliedstaaten. Und da muss man über die Freiheiten reden, dass die Mitgliedstaaten das auch können. Und da geht es ums Beihilferecht. Da geht es darum, sozusagen, haben die Länder überhaupt die rechtlichen Möglichkeiten, entsprechende, sozusagen, Investitions- und Industriepolitik zu betreiben. Das Wettbewerbsrecht der EU setzt da Grenzen und sagt, das ist nicht sozusagen ohne vorherige Abstimmung, Absprache möglich, sozusagen. Da gibt es auch vernehmert Ausnahmen. Ich will da gar nicht im Detail drauf eingehen. Ich will nur sagen, wir haben es da mit einer gewissen Diskrepanz zu tun zwischen dem, was wollen wir eigentlich auf europäischer Ebene und was wollen wir auf nationalstaatlicher Ebene anliegen. Und ich würde sagen, stärkt, oder wir würden sagen, stärkt das, stärkt die Möglichkeiten der Mitgliedstaaten, sozusagen Investitionen zu betreiben, sozusagen, und eine Just Transition voranzutreiben, auch mit öffentlichen Mitteln, sozusagen, mit einer öffentlichen Investitionslenkung. Und gleichzeitig müssen wir auch über so einen solidarischen Investitionsplan auf europäischer Ebene reden, denn uns muss allen klar sein, diese Finanzmittel hat Deutschland, diese Finanzmittel hat Frankreich. Und dann hört es wahrscheinlich auch schon langsam auf, was die mitgliedstaatlichen Spielräume, insbesondere unter den derzeitigen Schuldenregeln, wurde gerade schon gesagt, also insbesondere, was die Spielräume unter den aktuellen Schuldenregeln angeht. Also von daher, wir brauchen als zweite Komponente des Ganzen unbedingt sozusagen einen solidarischen Verteilungsmechanismus auf europäischer Ebene, der, und wie gesagt, da komme ich nochmal drauf zurück, eine gemeinsame solidarische Schuldenfinanzierung vorsieht. Euro-Bonds war ja mal da das Stichwort. Ich weiß nicht, ob das ohne Vertragsänderung möglich ist. Also ich bezweifle es tatsächlich, aber das würde ich dann den Rechtsexperten überlassen am Ende des Tages. Aber da sehen wir. Und noch ein weiterer Aspekt, den ich nochmal sagen würde, der uns auch wichtig ist, Beihilfen, ja, aber natürlich nicht bedingungslos. Also das ist etwas, das muss man immer betonen. Und das geht leider zu oft in der Debatte unter, ob wir jetzt über Brückenstrompreis oder über sonstige Möglichkeiten staatlicher Industriepolitik reden. Sobald ein Euro fließt und mir ist es ziemlich egal, ob das ein bundespolitischer oder ein europäischer Euro ist, der muss an soziale Kriterien am Ende gekoppelt sein. Der muss an Tarifbindungen gekoppelt sein. Der muss an Standortsicherung, an Beschäftigungssicherung gekoppelt sein. Weil ansonsten bewegen wir uns in eine Subventionsspiral, aus der wir nicht mehr rauskommen. Wir sehen das ja jetzt schon, wie die Länder nicht nur sich im Wettbewerb der Steuersysteme befinden, sondern sich zunehmend halt auch im Wettbewerb der Subventionsförderung bewegen. Und da zu sagen, das kann nicht bedingungslos sein, ist, glaube ich, wirklich eine der wichtigsten Forderungen. Also der EU-Haushalt sieht so viel Geld für Industrieförderung vor. Und auch die Europäische Investitionsbank neben der EZB ja auch eine der fiskalpolitisch interessanten Institutionen auf europäischer Ebene bewegt. So viel Geld ist ja eine der größten Investitionsbanken der Welt. Das darf man ja nicht vergessen. Und da zu sagen, schreibt euch, und das wäre ohne Vertragsänderungen jederzeit möglich, schreibt euch in eure Investitionskriterien rein, die Gelder fließen nur in Unternehmen sozusagen, wo es eine gewerkschaftliche Interessenvertretung, Tarifbindung, es eine Standortsicherungsperspektive gibt, das wäre möglich. Weil ansonsten passiert nämlich das, was viele, viele unserer Kolleginnen und Kollegen mit Europa verbinden, nämlich Transformation heißt für die derzeit Verlagerung. Verlagerung von Betriebsstätten nach Osteuropa. Und da hören die vielfach, da geht es nicht nur sozusagen um niedrigere Löhne, da geht es auch um Niederlassungsförderung der Europäischen Union. Also Gelder, die fließen, damit das Spiegelwerk in Rumänien aufgebaut wird. Und das kann es am Ende des Tages nicht sein. Ich will keinem Rumän nicht wünschen, dass er da auch irgendwie Arbeitsplatz findet. Aber es muss unter sozialen Bedingungen geschehen und es kann nicht unter dem Eindruck eines deutschen Beschäftigten geschehen, der sieht sozusagen, da fließen Gelder hin, damit mein Arbeitsplatz irgendwo hin verlagert wird. Okay, danke Max. Ich würde jetzt nochmal den Blick zurück nach Hessen wagen, zu Desi. Du hattest ja im Eingangsstatement so ein bisschen eine Situationsbeschreibung gemacht. Und jetzt mal so ein bisschen eine konkretere Frage, auch mit Hinblick auf deinen Beruf. Wie wirkt sich denn EU-Politik bei den Beschäftigten im Bereich der Dienstleistungen aus? Also welchen Händedruck, Handabdruck, Fußabdruck der EU kannst du da wahrnehmen aus deiner Gewerkschaftssekretärinnen-Sicht? Naja, also wir haben ja jetzt schon viel darüber gesprochen, was es bedeutet, sich an eine Schuldenbremse zu halten. Und man muss ja auch sagen, die deutsche Schuldenbremse ist ja nochmal ein bisschen krasser als die europäische Schuldenbremse. Das wirkt sich natürlich aus auf die öffentliche Daseinsvorsorge. Es wird halt überall gespart. Und ich glaube auch, vielleicht auch bei uns in der Dienstleistungsbranche, ist es irgendwie, es wird an allen Ecken und Kanten gespart. Es wird an der Ausbildung gespart. Es gibt keine Fachkräfte. Es wird privatisiert. Also ich komme ja aus Gießen. Wir haben da das einzige privatisierte Universitätsklinikum ganz Europas. Dort sind wir gerade auch tatsächlich in der Entgeltrunde. Also wir machen gerade Tarifauseinandersetzungen, um irgendwie nochmal auf dieses Niveau auch vom öffentlichen Dienst zu kommen. Wir müssen da halt nachziehen, klar. Und man sieht halt einfach so, die Kolleginnen, die sind nicht umsonst organisiert. Die gehen nicht umsonst auf die Straße. Und das ist auch eine Auswirkung, die gibt es in ganz Europa. In ganz Europa gibt es Streikbewegungen im Gesundheitssystem, in Zubildung, wo überall halt die letzten Jahrzehnte gespart worden ist. Und das UKGM und auch andere Krankenhäuser, also Charité, jetzt, ich glaube, jüdisches Krankenhaus in Berlin. Also dass es auch so etwas wie Tarifvertragsentlastungsbewegungen gibt, liegt natürlich auch an Sparpolitik. Weil die Leute halt zu wenig Personal auf den Stationen haben, Überstunden machen, die sind ausgelaugt, die haben irgendwann auch keine Lust mehr, in diesem Beruf zu bleiben. Das Gleiche gilt für Sozial- und Erziehungsdienste. Also da ist es genau das gleiche Problem. Und wir müssen daran und wir müssen auch da investieren und wir müssen investieren in Ausbildung. Und das bedeutet nicht, dass wir über die EU ausländische Kräfte hierher holen und die dann hier in der Ausbildung stecken, weil das kriege ich auch tatsächlich mit an den Kliniken. Deswegen da gibt es einfach die Problematik mit, die müssen die Sprache natürlich lernen. Ja, man muss sich auch gerade im Krankenhaus, man muss die Sprache können und auch die Fachsprache. Und es wird halt erwartet, dass man eine Ausbildung macht und Deutsch lernt. Und das hat nichts mit irgendwie Wissen zu tun oder können. Die Leute schaffen das nicht, weil das halt schon eine krasse Belastung ist, in einem kurzen Zeitraum so eine Ausbildung auch zu machen und die Sprache zu lernen. Und was passiert dann? Ja, die gehen dann in so Schmalspurausbildungen. Das gibt es bei euch in der Industrie ja auch vermehrt. Das gibt es auch vermehrt im Pharma-Bereich. Die gehen in Schmalspurausbildungen, die werden schlechter eingruppiert. Und das sind so Sachen, die schon aufgrund von fehlenden Investitionen in die Daseinsvorsorge passiert und die auf dem Rücken von uns, von den Beschäftigten ausgetragen werden. Und ich meine auch uns im Sinne von, die ins Krankenhaus mal müssen. So, genau. Vielleicht so viel dazu von den Dienstleistungen. Okay, danke. Ich würde jetzt noch mal zu einer kleinen zweiten Runde ansetzen. Aber haltet euch gerne kürzer als beim ersten Mal, weil ich möchte nicht, dass unsere ganzen Gäste hier einschlafen, sozusagen bis wir mit dem Podium fertig sind, sondern wir würden gerne auch noch mal die Runde öffnen und ein paar Publikumsfragen oder Diskussionsbeiträge auf jeden Fall zulassen. Aber wir würden uns jetzt schon noch mal gern, weil wir sind halt die Linke, uns dem Thema Rüstungsindustrie und das Thema von Krieg und Frieden zu wenden. Da gab es ja, das wurden wir vorhin auch schon angesprochen, vor zwei Wochen schon eine Ansage von der Leyen, will jetzt die große europäische Rüstungsindustrie aufbauen. Deswegen jetzt mal meine Frage an Roland, weil der ist am nächsten dran, aktuell. Und dann können ja gern auch noch mal Martin und Alfred, ihr habt ja euch alle fleißig Notizen gemacht, während wir hier irgendwie diskutiert haben, auch sich gern noch mal anschließen, vielleicht noch mal reagieren auf die, die vorher was gesagt haben. Wie sieht es denn gerade aus mit diesen Rüstungsplänen? Was formiert sich da in Brüssel? Tausend Dank für die Frage. Ja, also ich hatte mir überlegt, weil ich war auch dabei, dass ich sagte, wir müssen unbedingt über Rüstung reden, weil das ist einfach das, wenn wir über ein mehr oder weniger gutes Europa reden, ist das eben halt leider Gottes das Thema. Ich bin jahrelang immer rumgezogen, habe gesagt, Rüstung und EU ist kein großes Thema. Unser einziges Problem sind die Nationalstaaten. Ja, ein kluger Linker hat ja mal vor einer Weile gesagt, der Feind steht im eigenen Land. Das war immer so mein Ding. Mittlerweile bin ich ein bisschen so, komme ich ins Schwimmen und muss anerkennen, dass auch die EU als solch ein Problem wird, was eben Militarisierung angeht und so. Jetzt ist es so, jetzt könnte ich euch einen Vortrag von drei Stunden halten, was industriepolitisch losgeht, welche Förderungen angedacht werden, um einen industriell-militärischen Komplex in der EU aufzubauen. Das wäre irre, weil ihr danach immer noch nicht sehr viel klüger wäret. Weil so viele Programme, also man dreht sich einmal um, zwei neue Programme sind da. Worauf ich euch hinweisen kann, ist, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung demnächst einen Atlas rausbringen wird, wo das detailliert in Artikeln aufgeschrieben wird, wirklich welche Programme sind. Aber ein paar Grundlagen zu dem, was gerade geht, will ich schon sagen. Erstmal mit einem Mythos, der auch in der Linken läuft, will ich aufräumen. Und zwar Militarisierung, das wäre so eine Art Unterstützungsprogramm eben für eine niederliegende Wirtschaft. Und das stimmt nicht. In den internen Dokumenten der Rüstungsindustrie sagen die selber, dass der sogenannte Multiplikator im Rüstungssektor sehr gering ist. Das heißt, also wenn ich in den Bildungssektor einen Euro reinbringe, bringt der Euro ungefähr, ich sag mal so zwei Euro zurück in die gesamte Wirtschaft. Im Rüstungssektor ist das nichts. Das Geld, was wir in den Rüstungssektor reinwerfen, versickert. Wir verlieren das als Volkswirtschaft. Das heißt, das Geld, was aufgewendet wird, kommt nicht zurück. Früher ging das unter dem Begriff Rüstungskinsianismus. Das war noch so in den 50er Jahren. Warum? Weil riesige Mengen gleichen Produkte hergestellt wurden mit wahnsinnigen Mengen an Angestellten. Heute haben wir nicht mehr viele Angestellte. Das sind hochspezialisierte Sachen. Also das ist sozusagen nicht das Ding, sondern was wir einfach machen und das ist sozusagen, dadurch wird es nicht besser, sondern noch schlimmer, ist, es gibt den sehr schönen Ausdruck, habe ich von einem IG Metall-Kollegen kennengelernt vor kurzem, von dem Autor Dolata, die Destruktivkräfte. Das ist das, was wir jetzt gerade fördern als Industrieprogramm. Keine Produktivkräfte, sondern Destruktivkräfte. Und das ist es, sonst nichts. Jetzt ist das Interessante, das hat bei mir auch erst eine Weile gedauert, ich habe es nicht verstanden. Wir sollen doch jetzt zwei Prozent unseres Bruttosozialproduktes jährlich ausgeben. Ich habe mich immer gefragt, warum zwei Prozent? Wie sind die darauf gekommen? Die sind genauso darauf gekommen, wie die drei Prozent Neuverschuldung bei der EU. Die haben gewürfelt. Es gibt keinen Grund dafür. Jetzt ist aber das irre. Wir leben ja im Kapitalismus. Ihr könnt euch jede Zeitung angucken. Es ist völlig klar, Kapitalismus wächst. Wenn ich jetzt sage, zwei Prozent jährlich soll ich ausgeben, das Bruttosozialprodukt aber jedes Jahr wächst, weil es eben halt Kapitalismus ist, bedeutet das, ohne eine steigernde Kriegsgefahr trotzdem aufrüsten. Weil die zwei Prozent werden ja pro Jahr jedes Mal größer. Das heißt, es wird besinnungslos aufgerüstet. Das ist jetzt das Ziel der NATO. Das hat nichts damit zu tun, passiert jetzt aktuell irgendwas geopolitisch anders oder nicht. Also, wir haben sozusagen zwei Prozent auf der einen Seite Förderung, einfach rüsten, rüsten, ohne eine Diskussion zu haben. Was wir auf der anderen Seite bräuchten, wäre ein demokratischer Entscheidungsprozess. Okay, wir haben eine Armee, wir wollen die Armee. Nicht jeder will die zumindest unmittelbar abschaffen. Dann aber gibt es eine Diskussion darüber, was das Produkt sozusagen dieser Armee ist. Verteidigung ist eine Dienstleistung. Und wir müssten uns hinsetzen, als Bevölkerung und darüber entscheiden, das sollen sie können, das sollen sie nicht können. Und jetzt nur eine kleine Fußnote. Bitte googelt mal das sogenannte Harzburger Modell. Harzburger Modell der Betriebsführung. Das ist das wichtigste Modell gewesen, das die ganzen BWLer in Deutschland in den 50er, 60er, 70ern gelernt haben. 600.000 Führungskräfte in Westdeutschland sind nach dem Zweiten Weltkrieg nach dem sogenannten Harzburger Modell ausgebildet worden. Das ist die Frage, wie führst du ein Unternehmen? Wer hat das entwickelt? Ein SS-Mann. Der hat seine Schrift genommen aus dem Zweiten Weltkrieg. Wie führe ich die SS? Hat SS gegen Unternehmen ausgetauscht? Weil das gleich ist. Es ist eine Dienstleistung. Sicherheit, Angriffskrieg ist das Gleiche wie ein Betrieb führen. Von der Denke her. Googelt das. Da wird einem ganz anders. Das heißt, diese 2% sind irre. Jetzt ist das Schöne. Guckt euch an. Rüstungsausgaben weltweit. Die europäischen NATO-Staaten ohne die USA, nur die NATO-Staaten, der in Europa, geben aufs Gesamtausgabe weltweit 13% der weltweiten Rüstungsausgaben geben wir aus. Vor zwei Jahren war das. Wie viel gibt Russland aus? 3,9% 3,9% die führen den Krieg mit 13%. Das ist das, was hier erwirtschaftet wird. Sagen unsere Staaten, wir brauchen noch mehr Geld. Wo fließt denn das hin? Das ist das Irre. Also ich habe da noch keine Antwort drauf erhalten. Sagt es mir. Das ist irre. Das ist Wahnsinn. Können wir gleich machen. Das bedeutet, wir haben Geld, was ausgegeben wird und jetzt wird gesagt, noch mehr Geld, weil es würde offensichtlich nicht reichen. Allein in BRD-weit, 50 Milliarden wird jährlich ausgegeben. Wo geht das hin? Ich gebe euch ein Beispiel. Vor ein paar Jahren an der Uni sagte mein Professor zu mir, der hat an einem Artikel gesessen. Gehen Sie mal bitte in die Universität und gucken Sie sich nach. Ihr kennt vielleicht den Ausdruck New Public Management. Das ist so ein Versuch, sozusagen Verwaltungen strukturierter zu machen, damit die kein Geld verschwenden. Gehen Sie mal in die Literatur und gucken Sie sich an, wo gibt es eine Diskussion in Deutschland, wie wir Geld einsparen können im Verteidigungshaushalt. Ich habe keinen einzigen Artikel gefunden. Darüber wird nicht geredet. Worüber geredet wird, ist Einsparung im Sozialbereich. Da soll eingespart werden, eingespart werden, eingespart werden. Es gibt kaum Untersuchungen darüber, wie wir die Ausgaben für unser Verteidigungssystem unter Kontrolle bekommen. Das finde ich einfach ganz spannend. In der nächsten Runde dann vielleicht noch mehr. Vielen Dank. Okay. Danke Roland. Ich würde jetzt nochmal in Richtung Martin und Alfred gucken. Vielleicht auch Max, ob ihr jetzt noch was ergänzen wollt zu den Redebeiträgen, die jetzt sozusagen in der Runde kamen, weil ihr jetzt noch gar keine Zeit hattet, irgendwie drauf zu reagieren oder auch Desi. Weil dann würde ich sonst auch die Runde hier schließen erstmal. Ich wollte nur mal gucken, ob wir alle Punkte abgearbeitet haben. Also Agrarpolitik haben wir noch nicht so richtig drüber geredet. Über einen Euro haben wir so ein bisschen in Bezug zur EZB geredet. Über Grenzkontrollen haben wir noch nicht geredet. Über Industrielobbyismus haben wir schon auch ein Stück weit geredet. Über Frieden auch. Über Erasmus noch nicht so richtig. Undurchschaubar hatten wir auch und Europa als Hoffnung. Naja, ich weiß nicht, ob wir noch so ein rosiges Schlusswort hinbekommen, aber wir gucken einfach mal, was noch passiert. Aber jetzt wäre erst mal Martin dran. Naja, rosig weiß ich nicht, aber zumindest ist im weitesten Sinne Lobby, wenn auch nicht im engeren Sinne Industrie. Vielleicht auch mal ein kleiner Erfolg, der insbesondere von der Linken im Europaparlament ausging. Amazon hat die Lobby-Registrierung im EP verloren. Und zwar maßgeblich, weil unsere Leute das mit betrieben haben. Hintergrund ist ganz einfach. Amazon schafft es tatsächlich, im Steuerwettbewerb sich so arm zu rechnen, dass der arme Konzern so wenig Steuern zahlt, dass man sich fragt, was macht eigentlich der Bäcker an der Ecke richtig, dass er 30 Prozent Steuern zahlen kann. Und Amazon schafft es da im einstelligen Bereich nur Steuern zu zahlen. Insofern auch so kleine Erfolge, wenn es um Industrielobbyismus geht. Und eins könnt ihr euch zumindest sicher sein, ihr wisst, die Linke nimmt keine Gelder an. Diese Woche kamen mal wieder die Berichte, wer von den ganzen anderen Parteien von wo überall Geld bekommen hat. Eine Partei ist wieder nicht bedacht worden und da sind wir stolz drauf, und zwar die Linke. Insofern lobbyfreie Politik, zumindest was bezahlte Lobby angeht, kriegt man nur mit der Linken. Ich hatte aber mir drei andere kurze Punkte aufgeschrieben. Oder zweieinhalb. Die hängen so ein bisschen miteinander zusammen. Wenn wir uns die Verträge angucken, dann ist ja eine interessante Sache, wenn wir jetzt über Militär gesprochen haben, eigentlich sagen die EU-Verträge, Militärausgaben dürfen nicht finanziert werden aus dem EU-Budget. Wären sie aber. Und jetzt auch noch sehr offensiv. In der Vergangenheit hat man es immer so ein bisschen Verkehrspolitik. EU-Perkehrspolitik bestand darin, zu gucken, welche Straßen und Schienen gehen Osten insbesondere, sind eigentlich panzertauglich. Danach hat man Verkehrspolitik in der EU so ein Stück weit gemacht. War aber offiziell nicht Militärpolitik. Forschungspolitik, okay, brauchen wir nicht drüber reden, da auch. Jetzt ist aber erstmals, dass sie tatsächlich EU-Programme direkt ins Militär finanzieren. Das bringt mich zum anderen Punkt, weil wir das mit den Verträgen vorhin hatten. Das, was wir die letzten Jahre gesehen haben, ist faktisch eine Politik an den Verträgen vorbei. Die EU-Kommission hat jetzt zumindest auch erkannt, dass man die EU-Verträge offensichtlich mal überarbeiten muss. Und das ist wiederum bitte ein Grund, den ihr nach draußen tragen müsst. Die neuen EU-Verträge müssen besser werden, nicht schlechter. Und da sollte bitte weiterhin drinstehen, dass EU-Militärausgaben nicht zu erfolgen haben. Und deswegen ist diese Wahl eine Entscheidungswahl. Auch darüber, was sozusagen an neuen Verträgen kommt, weil momentan erleben wir Folgendes. Wir haben einen Bruch mit vielen EU-Verträgen. In den letzten Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich ganz froh darüber. Ja? Wirtschaftsstabilitätspakt ausgesetzt. Wir machen eine aktive Industriepolitik. Wir nehmen es mit der Wettbewerbspolitik nicht ganz so genau, etc. Das waren eigentlich Sachen, wo linke Ökonomen auch gesagt haben, richtig so. Es ist gut, dass es eine Industriepolitik gibt. Es ist gut, dass ihr mal von eurem wahnwitzigen Wettbewerbsvorstellungen wegkommt und eher auf Kooperation geht oder zumindest sozusagen auch beim Steuerwettbewerb. Vielleicht ganz kurz. Das Absurde war ja, die ersten Steuerrichtlinien, die ersten sind dadurch entstanden, dass irgendjemand mal argumentiert hat. Naja, zu wenig Steuern einnehmen in Irland ist ja auch eine Wettbewerbsverzerrung. Man musste sich immer behelfen, dass es dann auch irgendwie wieder was mit dem Wettbewerb zu tun hat, anstatt zu sagen, ist nicht. Wir ziehen jetzt hier mal einen Mindeststeuersatz ein. Hier ist man diese Umwege gegangen und insofern bin ich ein großer Anhänger davon, Mehrheitsverhältnisse zu schaffen, Notwendigkeiten zu schaffen, die dann auch in den Beispielen, die genannt wurden, Marc Potenga, der einfach hervorragend gearbeitet hat. Aber ich kann euch auch andere Beispiele nennen, wo wir mit der Gewerkschaftsbewehrung, Umweltbewegung, so viel Druck auf Kommission und Rat ausüben konnten, aber auch auf das Parlament, wo sich tatsächlich was bewegt hat. Nicht immer im absoluten Wortlaut der Verträge. Und insofern lasst uns praktische Politik so entwickeln, dafür Druck auch bei den Europawahlen ausüben. Und dann gucken wir uns an, wie wir das in den Wortlaut tatsächlich der Verträge vielleicht irgendwann mal abbilden. Aber was wir brauchen, ist auf jeden Fall erstmal eine EU-Politik. Ob die dann immer im Einklang mit den Verträgen ist, wenn es positiv ist, ist mir dann auch ehrlich gesagt egal. Und da kommen wir aber zum interessanten Punkt, der, ich bin da pragmatisch, wenn es den Leuten besser geht, der Umwelt besser geht, dann sind mir die Verträge erst ja relativ egal. Und dann wollte ich nochmal zu einem interessanten Punkt kommen. Die EU macht seit Jahrzehnten Strukturpolitik. Und eigentlich gibt es auch sozusagen so den Grundsatz, naja, allen soll es besser gehen, Wohlstandsunion. Wenn man sich die Zahlen anguckt, zwischen den Ländern in der EU, stellt man fest, hm, die Löhne haben sich im Wesentlichen nicht angeglichen. Die Wirtschaftsleistung hat sich im Wesentlichen nicht angeglichen. und da kommen wir zu dieser Industriepolitik, die du meines Erachtens vollkommen zurecht den Ansatz dann auch kritisch zu sehen ist. Das mit EU- Strukturmitteln, zum Beispiel in Osteuropa, aber auch vormals in zum Beispiel Ostdeutschland, da wo ich herkomme, ja, Tesla hat man auch mit EU-Geldern den Teppich ausgerollt und dann passiert Folgendes, es passiert nichts. Und dann gucken wir mal in die USA. Also ich finde es ja total peinlich, dass wir in Europa immer auf die USA gucken müssen, wenn es mal was Positives auch zu berichten gibt. Die haben diesen legendären Inflation Reduction Act gemacht. Ich lasse das mal so stehen, ich übersetze das jetzt mal nicht. Aber der entscheidende Punkt ist, selbst die haben es hinbekommen, das an beschäftigungspolitische Bedingungen zu knüpfen. Warum kriegen wir das eigentlich in der EU nicht hin? Das kann einem keiner vernünftig erklären. Und ich finde, da sind wir mit den Gewerkschaften genau auf der richtigen Linie zu sagen, wenn hier irgendein Euro, öffentliche Gelder fließt, dann hat das verdammt nochmal mindestens mal mit allem, was zum Beispiel in der Charter der sozialen Rechte, also der Säule der sozialen Rechte drinsteht, ILO-Kernarbeitsnormen, dann muss das mal mindestens damit in Einklang gebracht werden. Und dann müssen wir uns trotzdem nochmal, glaube ich, tiefgründig darüber unterhalten, wie setzen wir Strukturpolitik eigentlich in der EU um, dass wir den Zielen mal endlich näher kommen, dass wir tatsächlich eine Angleichung von Löhnen haben. Und ich sage mal, da gab es eine interessante Initiative, dabei will ich es dann auch belassen. Südosteuropäische Gewerkschafter haben auf der Sommeruniversität der Europäischen Linken dann irgendwann mal gesagt, Mindestlohnrichtlinie ist schön und gut. In Deutschland bedeutet das, dass wir in den nächsten zwei Jahren auf 15 Euro kommen müssen. Beim Mindestlohn. Das ist gut. Das berechnet sich immer an 60% des Median, also Durchschnitt, spezieller Durchschnitt, Medianlohns des entsprechenden Landes. Die südosteuropäischen Gewerkschaften haben gesagt, du Marlin, 60% von nichts ist bei uns immer noch nichts. Was machen wir denn da? Und die haben einen interessanten Vorschlag gemacht. Die sagen, lasst uns doch die Mindestlohnrichtlinie damit erweitern, dass wir sagen, okay, wir legen auch einen Bedarfslohn fest. Das heißt, wir nehmen einen Korb an Waren, den man einfach zum Lebensbedarf braucht und setzen den zumindest mal als ein Mindestminimum fest und immer da, wo die 60% des Durchschnittslohns diesen nicht abdecken, dann gilt der. Und dafür wird momentan in Südosteuropa auch gestreikt. Und ich finde, auch die IG Metall weiß ich, macht sehr viele Osteuropa-Projekte, um da Tarifverträge hinzubekommen, eben um auch eine Lohnanpassung hinzubekommen, ja, auch zum westlichen Niveau, um diese makabre Politik des Ausnavigierens von Regionen in Europa endlich mal zu unterbinden. Weil das wird immer nur dann funktionieren, also es wird nur dann funktionieren, wenn wir tatsächlich diesen Wettbewerb über die Löhne halt nicht mehr haben. Und ich glaube, wir als Linke, auch als europäische Linke, als internationalistische Linke, sollten da weiter dran arbeiten, dass Löhne sich angleichen, Sozialstandards sich angleichen und was die EU dazu beitragen kann, das sollten wir auch dann entsprechend tun. Und wiederum, das entscheiden wir am 9. Juni auch. Martin, dann vielen Dank. Ja, also ich habe jetzt mal auf die Uhr geguckt. Wir haben jetzt schon eine gute Stunde gesprochen und uns ausgetauscht. Und ich würde jetzt auch gucken, dass wir die 90 Minuten nicht reißen, weil meine Aufmerksamkeitsspanne ist dann definitiv zu Ende. Deswegen würde ich hier jetzt einmal in die Runde gucken, wer möchte denn noch eine Frage stellen oder einen Diskussionsbeitrag bringen? Gibt es da Leute, die, nochmal was total Kritisches zu dem, was wir hier diskutiert haben, sagen möchte? Oder eine Frage? Ja, nur zwei Punkte dazu. Keine Aussage jetzt zu diesem Konflikt dazu, sondern nur zum Thema Militärtechnik. Der Punkt, und das kann man ja historisch nachverfolgen, war historisch immer schwierig, die Ausgaben im Militärbereich zu kontrollieren. Du hast es ja nochmal dargestellt, wird es wirklich effektiv eingesetzt? Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, Militärtechnik hat wirtschaftlich einen zentralen Vorteil. Man kann produzieren, so viel wie geht. Bei Autos muss man schauen, finde ich genügend Käufer. Bei Panzern hoffen alle, dass sie nie eingesetzt werden und irgendwann verschrottet werden. Das heißt, wir haben hier das Thema Produktion und die Nachfrage danach ist gesellschaftlich nicht begrenzt. Das ist nur die Frage, wie viel will man dafür ausgeben. Sind es ein Prozent, zwei Prozent, drei Prozent? Das ist einfach gesetzt, ohne dass gefragt wird, weil man mit dem Hebel Nachfrage an der Stelle nicht arbeiten kann. Das ist für Kapitalisten ideal, wenn sie sich um die Nachfrage nicht sorgen müssen. Und deswegen ist Militärtechnik immer schon ein Bereich gewesen, wo Frage Effizienz und die Frage, wie wirtschaftlich wird gearbeitet, wo Korruption immer ein Thema war, weil eben der Punkt der war, man muss nicht auf dem Markt diese Produkte veräußern, sondern da gibt es eine gesellschaftliche Setzung. Und das ist denke ich der Punkt, der Militärtechnik ganz gewaltig unterscheidet von anderen Produktionsbereichen, wo die Unternehmer immer schauen müssen, werde ich meine Produkte auch überhaupt los. Also ihr kennt doch einen Kartoffelnmarkt, wenn es viele Anbieter und viele Nachfrager da sind. So, das ist das klassische Beispiel. Und er hat jetzt gesagt, da habe ich mal ein Referat auch gemacht über Ernest Montel über die langen Wellen. Ich habe da aber nur ein Buch von hier und da habe ich sogar aus dem DDR Lehrbuch zitiert, also es gab es damals noch, also gerade so ein Militärmarkt, also Militärproduktion, da wird das Wert gesetzt, praktisch außer Kraft gesetzt, weil es eine Personalunion von Angeboten Nachfrage gibt. Und die Nachfrager können, der Staat der sagt, oh ja okay, vielleicht kriegt er was zugeschickt. Aber da hat man es ja gesehen. Also jetzt hat man gedacht, was sind eigentlich mit der Bundeswehr los? Da sagt die ohioioioioioij Da waren das wahrscheinlich sehr viele Sesselfurzer gewesen und die haben rum сessen und nichts gemacht oder so und jetzt sagen sie alles schlecht oder so. Aber man hat aus Außenstehende in dem Bereich auch keine Markttransparenz. Also Karl Marx geht in den ersten Bank, der sagt sogar Enzyklopädie des Marktgeschehens, das geht noch weiter, aber das ist ja in diesem Geldaustausch, im Warenaustausch ist das gar nicht vorhanden. Das ist ja das Komplizierte dabei. Durch? Also, ich versuche mich ganz kurz zu fassen, drei Punkte. Entschuldigung. Erstens, ich hatte mal eine sehr interessante Begegnung bei einer sogenannten Schülerfahrt im Bundestag, wo ich dann vorne saß mit einem CDU-Abgeordneten aus dem Verteidigungsausschuss. Wir wurden reif dafür gemacht als Gesellschaft, dass wir mehr Rüstungsausgaben brauchen. Wir erinnern uns alle an diese Panzer, die angeblich alle gar nicht betriebsbereit sind, die Helme, die alle unsicher sind, die Sturmgewehre, die alle nicht mehr funktionabel sind. Was ist da wirklich los? Die Panzer kriegen kein TÜV auf deutschen Straßen, natürlich mit diesen Maschinen. Deswegen gelten sie als nicht betriebsbereit. Das heißt aber nicht, dass sie nicht betriebsbereit sind. Die Helme haben ein ungefähr einzeln großes Punkt an der Aufhängung. Wenn da gezielt ein Schuss hinkäme, dann sind sie unsicher. Deswegen müssen wir all diese Helme austauschen. Randbemerkung, das waren übrigens die ersten Helme, die in die Ukraine geschickt wurden als Unterstützung. Klammer zu. So viel dazu. Dann das Standardgewehr der deutschen Bundeswehr. Warum muss das jetzt ausgemustert werden? Weil es bei 40 Grad Hitze, warum auch immer 40 Grad, wo haben die eigentlich vor Krieg zu machen, plötzlich nach ich glaube 30 Sekunden Dauerbeschuss eine Abweichung von 15 Zentimeter auf eine Distanz von, weil sie nicht mehr haben. Wir wurden reif dafür gemacht, als Gesellschaft, dass es hier zur Aufrüstung kommt. Und wenn wir uns das jetzt angucken, auch im Vergleich EU-Rüstungsausgaben in absoluten Zahlen zu denen Russlands und China, dann sehen wir, dass das ein Mehrfaches, ein Mehrfaches von dem ist, jetzt schon, was wir da ausgeben. Und da frage ich mich tatsächlich, da frage ich mich tatsächlich, was bringt es uns eigentlich, jetzt noch mal 100 Milliarden draufzulegen? Ich kann das nicht erkennen. Die Sicherheit soll dadurch, also ich kann es nicht erkennen, belassen wir es dabei, ich kann es nicht tatsächlich erkennen, wie uns noch mal ein mehrfaches mehr an den Rüstungsausgaben, die dort geschehen, tatsächlich weiterhelfen. Und ehrlich gesagt, ich als Pazifist muss ganz ehrlich sagen, ich finde sozusagen den militärischen Tunnelblick sowieso den völlig falschen. Da kann ich jetzt nicht als Ökonom argumentieren, sondern tatsächlich nur als jemand, der tief verinnerlicht hat, Frieden haben wir am meisten gesehen in Phasen, wo wir Abrüstung über Abrüstung diskutiert haben, wo wir über Atomsperrverträge diskutiert haben, wo wir über gegenseitige Kontrolle diskutiert haben. Davon sind wir gerade leider sehr, sehr weit weg. Nochmal, also ich will nur einmal noch mal das Argument bringen, was bringt uns ein mehrfaches an Rüstungsausgaben, ein mehr an Sicherheit wohl nicht? So, und dann ist die Frage, wie kann man auch Despoten wie Putin und das Putin-Regime und die Oligarchen, die hinter ihm stehen, tatsächlich an den Verhandlungstisch bringen? Und dann kann man natürlich auch die Frage, dann sind wir ehrlich gesagt bei einer für die Linke sehr schwierige Debatte, und zwar bei Sanktionen. Und da sage ich auch gleich mal mit, das, was die EU an Sanktionen beschlossen hat, ist Bullshit. Ist in vielen Sachen Bullshit, weil es nicht genügend gezielt ist. Und man kann, und man kann aber, und da sind sich Friedensforscher im Übrigen auch einig, auch sehr gezielte Sanktionen machen, so, dass der militärische Apparat in Russland zum Beispiel viel mehr getroffen wird, als er momentan getroffen wird. Wenn wir jetzt feststellen, dass in nordkoreanischen Waffen, die jetzt auch nach Russland geliefert wurden, und russischen Waffen weiterhin deutsche Bauteile und französische Bauteile drin sind, dann muss man sich ja schon mal die Frage stellen, was läuft hier eigentlich in unserem Sanktionsregime falsch? So, und insofern, auch wenn wir uns angucken, was wir an Sanktionen gegen Oligarchen, die systemrelevant sind in Russland, tatsächlich verhängt haben, dann muss man einfach mal sagen, okay, die Yachten haben wir noch nicht mal geschafft, ihn wegzunehmen. Da müssen wir über das richtig harte Zeug noch gar nicht mal anfangen. Und insofern glaube ich, es gibt viele diplomatische, friedliche Mittel, tatsächlich auch Leute an den Verhandlungstisch zu bringen, und die Bundesregierung tut da zu wenig, zu gezielt, und solange wir da nicht alle Möglichkeiten ausgereizt haben, bin ich zumindest in keinster Weise darüber bereit zu reden, noch mehr Geld in eine Bundeswehr zu stecken, die es bisher schon nicht geschafft hat, irgendwie vernünftig damit zu haushalten. Ich bin weiter in der Überzeugung, wir brauchen eigentlich eine Perspektive, in der wir weniger Armeen, und zwar überall weltweit, haben. Das wäre im Übrigen dann auch gut für die Volkswirtschaft, weil das Geld können wir gut anderswo verwenden. Okay, gut, wir haben jetzt hier fast eine Punktlandung hinbekommen, wenn es jetzt keine weiteren Diskussionsbeiträge aus dem Publikum gibt, oder Fragen, die noch beantwortet werden sollen, oder diskutiert werden sollen, dann würde ich jetzt so langsam die Veranstaltung hier schließen. Ich bedanke mich herzlich, dass ihr alle so lange da wart, und wir brauchen anscheinend noch eine Diskussionsveranstaltung zu dem Thema Friedenspolitik, Diplomatie statt Waffen, da können wir uns dann nochmal die Köpfe einkloppen. Ich gebe es auf jeden Fall dem Kreisverband der Linken Darmstadt mit auf den Zettel, und du darfst deine letzte Frage noch stellen, aber nur, wenn du versprichst, bei der Antwort nicht wieder dazwischen zu reden. Das kann ich dir beantworten. Du hast mitbekommen, dass es Gefangenenaustausche gab, du hast mitbekommen, dass es Getreidedeals gab, du hast mitbekommen, dass es diverse soziale Ausgleiche gab, es wird verhandelt, es wird verhandelt allen halber, das ist uns nicht genügend, die Ergebnisse, Entschuldigung, der Gefangenenaustausch war letzte Woche, im großen Stil, zwischen der Ukraine und Russland. Es gibt Verhandlungen, und Verhandlungen haben, das gestehe ich gerne auch den Herrschenden zu, immer so ein bisschen den Charakter, dass sie jetzt nicht in aller Öffentlichkeit stattfinden. Und ich bin darüber auch nicht informiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die deutsche Regierung, auch die EU, wesentlich zu wenig dafür macht, warum bezieht man sich nicht positiv auf die Friedensinitiative des Papst. Und ich bin kein großer Anhänger des Papst. Aber da hat er mal was Richtiges gemacht. Warum bezieht man sich nicht positiv auf die Friedensinitiativen diplomatischen Chinas oder von Lula, dem brasilianischen Präsidenten? Ja, aber ich sage mal, wir können uns, können wir uns darauf einigen. Eine Frage oder eine dritte wird jetzt nicht mehr zugelassen, weil das Versprechen wurde nicht eingehalten. Können wir uns darauf einigen, dass auf dem Weg auch noch viele Möglichkeiten bestehen. Okay, also nächste Diskussionsrunde zum Thema Frieden und Krieg. Wir sind jetzt heute mit dem Thema Sparpolitik in der EU erst mal so weit durch. Vielen Dank, dass ihr heute da wart und der hitzigen Debatte gelauscht habt und nicht eingeschlafen seid. Es hat mich sehr gefreut, das erste Mal in Darmstadt gewesen zu sein. Ich komme gerne wieder und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis bald. Vielen Dank.